Also grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Dailyclog, heute haben wir eine Baustelle. Es gibt verschiedene Drucker und die brauchen alle verschiedene Toner. Und man kann nicht alle Toner am Lager haben, die man eventuell sofort brauchen könnte. Also ein Reservoir oder ein Reservetoner ist immer, wie soll ich sagen, eine gescheite Idee. Wenn man eine Reserve hat, dann muss man nie eine Säcke holen. Man hat ja eine Reserve, genau. Ausser denn die Reserven funktioniert nicht so. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Reserven und um die geht es. Also immer ein Toner oder zwei Reserven haben, das schadet nichts. Ich habe mir hier ein Ding geschickt. Ich muss jetzt auf die Rechnung gleich mal QR-Code machen. Also QR-Code, das braucht man nicht. Also QR-Code braucht man nicht. Das ist einzig und allein nur, dass man mehr Informationen hat auf den QR-Code. Also da kommen dann gerade Rechnungsinformationen und so weiter. Details, oder? Und das checkt gar niemand. Dass nachher alle Details stehen bei dem QR-Code. Dann kannst du rauslesen, was er bestellt hat, wann, wo, wie, was und so weiter. Bezahlungsschein, Personenbezogene Daten. Weiss das eigentlich? Übrigens, für das brauche ich dann auch wieder eine neue Software und so weiter. Was, was das kostet? Ich habe jetzt schon mehrmals unter meinen Videos so Konsumationen gehabt und Diskussionen und so. Per Mail machen wir ja dann weiter, oder? Und das kann bis ins Unermessliche gehen. Und das letzte kommt aus, sie braucht noch 50 Stück Draht oder irgendwie eine halbe Schachtel Plastik in den Rücken von 6.90 Franken. Und ich habe wieder mal Papier bestellt, Papier bestellt. Übrigens ein Paket Papier aus, das wir verkaufen. Was kostet die 6 Franken? Das kostet bei mir 6.80 Franken inklusive allem drum und dran im Laden abgeholt, oder? Und sonst gibt es halt noch eine Lieferung dazu. Cool, da könnte man auch mal eine anzünden. Gadget-Time! Also, das wäre es auch schon gewesen vom heutigen Deilichlog. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke, tschüss. Abonnieren nicht vergessen, gell?